Hallo und herzlich willkommen, wieder zurück. Ich hatte gerade schon versucht aufzunehmen, aber irgendwie fehlen leider die 5 Minuten, die ich eigentlich schon aufgenommen habe. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Kurze Erklärung, was ich gerade gemacht habe. Eigentlich eine Aufnahme, aber meine externe Festplatte meinte, äh, nee, nicht mit mir. Wir hatten kurz, habe es da hergestellt, einmal das hergestellt, das müssen wir. Wir wollen die Infernal Seeds, äh, Infinity Seeds, äh, ja, Infinity ist klar, diese Imperium Seeds, äh, umsiedeln, die kommen jetzt, äh, hier hinten hin. Ich hatte überlegt, halt so ein Dreiergang und dann halt das nächste Feld, ähm, dann hatte ich, ähm, die Kiste gezeigt, was dann noch hinzugekommen ist, an Eisenessenz und hier die Stromquelle, die ist gerade aktuell abgestellt, liegt aber daran, dass der Cube voll ist. Also, so viel Strom braucht man jetzt halt noch nicht, ähm, wird, wird es wahrscheinlich demnächst jetzt mal in Richtung ME-System gehen. Hatte ich jetzt so, ähm, überlegt. Ein paar Stromblöcks werden wir noch brauchen. Hm, ich hoffe, er nimmt jetzt auf, wenn ich dann, ja, es nervt mich dann halt so ein bisschen. So. Oh, also können die Kabels eigentlich unten drunter. Muss aber auf jeden Fall vielleicht noch, ähm, 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 sagt das schnell? Äh, aufladen. Doch, das hat, das hat, das hat jetzt gerade gefehlt. Ah, ein bisschen ist aber noch drin. Machen das hier einmal, mal, erstmal gerade mal fertig hier. Und dann. Eigentlich können wir das Kabel... Es ist halt nicht ganz mittig, weil hier zwei sind und hier drei. Hätte ich gerne... Das Feld müsste eigentlich noch ein weiter nach hinten. Dann würden wir einen Dreiergang kriegen. Ja, wo hat man das hier hingesetzt? Zack. Ach, ein Sprinkler brauchen wir gleich auch noch. Oh, das ist falsch rum, ne? Ja, das ist falsch rum. Äh, wir hatten glaube ich siebenmal eingestellt, ne? Das passt aber hier vorne echt gut. Wir müssen das eh das Ganze noch ein bisschen erweitern. Das hat, ich glaube, wir hatten schon mal Sky Factory mal aufgenommen. Und da hatte ich sowas, glaube ich, schon mal gebaut. Das war aber, glaube ich, noch damals auf meinem Kanal noch gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber ich glaube, es war so gewesen. So. Oh. Ich habe da was vergessen. Zack. Wir müssen ja noch was drunter setzen. Also heißt, erstmal aufladen. Ich brauche den irgendwie noch ein besseres Jetpack. Aber erst erstmal... Äh. Zack. Und so. Und so. Ah, ne. Wir haben noch welche. Okay. Die müssen wir noch drunter setzen. Steine haben wir auf jeden Fall erstmal genug. So. Warte einmal so. Zack. Absturz. Ähm. Ja, ich bin das auf der anderen Seite. Ah, okay. Die müssen wir dann auch wieder bald herstellen. Das sorgt dafür, dass halt die Pflanzen halt, ähm, schneller wachsen. Aber irgendwie so 50% war das? Nein. Und die kosten halt jeweils immer ein Dia. Und Dia's haben wir ja gerade aktuell gerade noch genug. Ah, die würden wir noch brauchen. Ja. Machen wir erstmal die Dia-Hacke. Die müsste, die muss jetzt erstmal kurz als erstes weg. Jetzt kann man die Erde drauf machen. Ah, ja, ähm, das hatte ich vorhin auch schon in der Aufnahme schon gesagt, die jetzt halt nicht mehr funktioniert. Danke. Action. Ähm. Dass ich mal vor Bild mal ausprobiere. Vorher hatte ich, ähm, die ganze Zeit in mein Fenster, wo ich es dann sah, das Bild halt irgendwie ein bisschen komisch. Guck mal, ein Sprinkler. Und das will ich jetzt halt, ähm, gucken, ob das jetzt so besser ist. Wenn nicht, äh, muss ich mich dran gewöhnen, in Vollbild aufzunehmen. So, nächstes Feld. Das nächste Feld ist auch schon wieder fast fertig. Hier war es nicht. Hier war das Rezept. Es braucht jedes Mal immer so ein Bucket. Merke ich gerade. Ah, ne, noch nicht. Äh, wasser. Aber die... Ne, haben wir nicht mehr. LOL. Wo ist denn die? Ho, 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 da ist er. Sorry, das können wir jetzt eigentlich hier noch... Eigentlich können wir sogar noch ein SS-Feld anlegen. Aber wir haben jetzt... Wir haben gerade Nahrung gerade echt genug. Das geht jetzt erstmal aus. Das stört gerade ein bisschen. Äh, hä, hä. Später wird das halt noch abgepumpt. Ne, andersrum. Ja, wo ist hier... Müssen wir halt echt noch gucken. Ich brauche auf jeden Fall noch Hardenet-Kabel. Ja, äh, ich brauche Leadstone. Leadstone, Leadstone, Leadstone. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Kurz einmal Shift gedrückt. Das ist auch mal Hardenet. Schon die verbesserte Variante. Geht sogar, ähm, eine Nummer größer. Aber... Die brauchen wir gerade nicht. So, 49, das müsste ausreichen. So. So. Ich brauche mal eine Kasse, so zu fliegen. Warte mal, wir machen es... Wir machen es gerade mal kurz einfacher. Ich brauche mal kurz Steine unten drunter. So. Alter. Alter. Hat aber jetzt auch gedauert. So. Äh, gucken wir mal an den noch ran. Oh. Ja. So. Rein theoretisch, wenn ich jetzt hier hochbudele, müsste... So. Äh. 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 Ist auch 5,1 soweit. Okay. Genau Strom habe ich noch. Äh. Das war... ...der Block. Und den habe ich noch gerade hochgeholt. Na ja. Hier ist das Kabel. Sehr gut. So. So. Aber die Plattform sollten wir... So. Müsste hier drüben mit Strohband kommen. Ja. Sehr schön. Ist. Ja. Jetzt zieht das raus, ne? Ja. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Es ist eigentlich schon... Ähm. Fast Weihnachten. Ähm. Heißt natürlich halt... Weihnachten. Schwester. Ähm. Muss ja noch... Ähm. Vorproduzieren. Das geschieht jetzt... Äh. Jetzt die Tage. Und dann... Gucken was... Ähm. Nächstes Jahr dann so abgeht. Dieses Jahr war das mit dem Aufnehmen halt ein bisschen... Äh. Schwieriger. Gewesen halt. Durch den neuen Rechner. Ähm. Durch den alten Rechner. Ähm. Der... Ähm. Mit dem Aufnehmen zwar funktioniert hat. Aber... Das Render nicht halt geklappt hat. Und diesmal klappt das Render halt einfach. Vielnächstens... Äh. Wenigstens viel einfacher. Vielleicht bin ich noch so verrückt und starte noch ein weiteres Projekt. Gucken. Ich habe da schon eins in Aussicht. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Meinerweise müsste ich das jetzt sehr groß sichten. Das werde ich aber offscreen machen halt. Der soll erstmal halt das erstmal so machen. Ähm. So ein Blitz. Und hier können wir eigentlich das mal so machen. Äh. Ich glaube F7 war das glaube ich gewesen. Oh. Wir haben ordentlich ein Stellen. Wo was spawnt. Auch das smelt er ja auch. Wir haben sogar einige. Oh ja. Wir haben sogar einige. Wir haben unsere Farm. Hier hinten. Ist ordentlich. Ist da ja nichts spawnt. Zack. Oh. Passt. Äh. 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 Ist schon ein bisschen. Besser geworden. Ähm. Ähm. Der nächste Seed den wir machen können. Ähm. Ähm. Äh. Äh. Der wird gerade hergestellt. Ich kann auch die, äh. Eigentliche sogar noch verbessern. Theoretisch. Aktuell brauchen wir es gerade nicht. Bunden Seed. Da kannst du halt. Wurzlash. Wurzlash. Ähm. Könnte man machen. Ähm. Feuer. Daily. Neta. Kohle. Iron Seed ist ja ein Neta Quarz. Der mal Neta Quarz. Wäre noch eine Variante. Glowstone. Auf jeden Fall. Redstone. Obsidian. Eigentlich das. Was man eigentlich so ein bisschen ähm. Ähm. Braucht. Und. Wenn es euch gefallen hat. Lasst eine Positiva drüber. Wir würden uns über ein Abo freuen. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.